Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy X-2 im wunderschönen LeBlanc-Kampfuniform-Outfit. Und wie versprochen machen wir heute was mit Münsterchens. Ja, ja, du weißt alles. Das wissen wir bereits, kleiner Shinra. Also, dann wollen wir mal in die Arena. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen. Na, komm schon. Zeig dich! Na, geht doch. Also, wir machen erstmal die Team-Zusammenstellung. Und ich würde sagen, wir lassen mal Riku drin, oder? Moment, erstmal Gruppenmitglieder. 24, 24, 27 der Icke. 26, 25, 25, 26. Okay, ich nehme Icke mit. Und, ah, er ist ein mittleres Monster, ne? Der Sunbro. Du bist noch ein kleines Monster. Dann nehmen wir mal noch den David mit. So. Ja, ja, du bist dann, weiß ich nicht, Schütze bist du. Und du bist Krieger. Und sie ist Items-Schütze. Okay, können wir so lassen. Dann wollen wir mal teilnehmen. Und zwar beim Standard-Turnier Pro. Unbedingt. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. So, wir treten als erstes gegen die Profi-Killer an. Oh je, Miné. Nein, es ist ein Qual. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Töte es schnell. Töte es schnell. Bitte. Töte es. Oh nein. Ich hasse dieses Vieh. So, Items bitte. Nein, nicht Eta. Phönix-Feder. Was ist? Ach, Ability MP1 gelernt. Hat ja was. Töte ihn. Na los. Bevor er wieder seinen Blaster macht. Ba-da-bam. Los, mach ihn kaputt. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Kraftbecher? Naja, weiß nicht. Ich greife einfach mal an hier. Killer-Blaster. Na. Oh. Einer hier ist übrig geblieben. Wie freundlich. Überaus freundlich. Oh, der wurde geheilt. Überaus freundlich. Geh kaputt. Los. Vita. Ach, du bist nett, David. Du bist richtig nett. Ah, schön. Auto-Regina erlernt. Nice. David geht hier richtig ab. Gut. Ja, her damit. Deswegen bin ich hier. Her mit den Kapseln. Das sind ein paar mehr Gegner, ja. Ich greife trotzdem einfach an. Einfach angreifen. Wird schon richtig sein. Wir kriegen das so ein Jahr. 52 zieht da ab. Das ist nicht so viel. Ach ja, PR hatte ich gemacht. In allen Gebieten, wo ich PR machen konnte. Und hab währenddessen auch die Kostüme etwas trainiert. Und deswegen sind wir auch jetzt teilweise Level 30, 31. Nur so als Info mal nebenbei. Sind die beiden mal hier fertig mit den kleinen Viechern? Ich glaube, ich sollte etwas kombinieren. Eine Kombikugel. Nehme ich mal einen Nessestein und... Oh, eine Todeskerze. Oder eine Kälte... Nee. Hey, was nehmen wir denn? Eine Elektro-Kugel. Warum nicht? Mal sehen, was das wird. Seid mal ein bisschen aggressiver hier. Nicht Gift! Nein! Nein, Cluster. Wow! Dankeschön! Cluster ist super. Also Nessestein und Blitzstein oder sowas war das, ne? Sehr cool. Her damit. Der letzte Kampf steht an. Das schaffen wir. Ich mach einfach nochmal einen Cluster. Oh, Maschinen. Ja. Ich mach das nochmal. Das war Nessestein und Elektro-Kugel. Na los. Na los. Genau. Oh yeah. Hat schon reichlich Schaden gemacht, aber nicht genug. Schade. Hab ich gerade richtig gesehen? Der wird es stumm. Oh nein! Das macht ihn ja so ziemlich nutzlos. Der Arme. Äh, ne, nicht Fischschuppe, sondern das beides wieder. Ich mag das. Donnerhagel? Da hat was noch was anderes. Hä? Nein, nicht wieder heilen. Ich mach mal hier wieder ein bisschen aggressiver und setze ein, äh, Echo-Kraut ein für David. Icke kommt soweit ganz gut zurecht. Yeah. Gut, wir haben gewonnen. Wir haben das Turnier gewonnen. Yay. Herzlichen Dank. Gib mir die Kapsel. Dö, dö, dö. Sieg. Ja, damit. Krieg ich noch was? Monstergeschichtenbonus. Dankeschön. 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 Kräfteband. Cool. Jetzt in der Arena. Das große Turnier. Sehr schön. Wunderbar. Wir haben gewonnen. Es geht doch. Man kann es schaffen, wenn man nur will. So. Wir werden jetzt aber schön Monster jagen gehen. Kriegen wir jetzt noch eine Monsterkapsel? nicht? Okay, dann fange ich mal welche ein. Oder wenn ich ganz aus dem Menü rausgehe. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Stellen wir jetzt unsere Falle. Wir haben eine S-Falle. SP-Falle. M und M. Äh, M und M. Oh, jetzt habe ich die Baby-Sate. Egal. Ich muss erst den Ort auswählen. Ich vergesse es immer wieder. Ne, warte. Dich möchte ich vielleicht im Bewell einsetzen. Ja, ja. Wir suchen immer Humanoiden mit den Dingern. So. Stille Ebene. Da kommt das mal hin. Und Illuminum. Das hier. So. Runde auf. Ui. Ja, dich fügen wir hinzu. Wir müssen aber leider ein paar rausnehmen. So, und du heißt... Mal erst mal rauslöschen hier. Du bist... L-P-T-Boy. Willkommen im Team. So, dann hatten wir Guados-Alam. Ne. Ach, stimmt. Äh, Bewell hatten wir glaube ich die SP-Kapsel. Fehlanzeige. Schön. Ui. Ui. Ein Qual. Ein Qual. Icke, du hast uns gute Dienste erwiesen. Wir müssen dich aber jetzt leider entfernen. Das hier ist... Lass mal die Buchstaben finden. Ich denke, ich mach das Ding mal weiblich. Miss... K... L... L... So, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Kla... Willkommen im Team. So, wo hatte ich noch was eingesetzt? Die Seid, ne? Du bist ja süß. So, dann musst du leider weichen. Und wir nennen dich... Nein, 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 nein. Ich muss doch erst den Namen rauslöschen. Weg damit. Obwohl das S hätte ich drin behalten können, ne? Aber er wird klein geschrieben. So, Shadow. Blup, blup. Und dann... Hier ist die Vier. Shadow for... Mies. Willkommen. Habe ich richtig geschrieben? Shadow for Beatz? Ja. Beatz. Wo hatte ich denn jetzt noch was? Miehen, Fambus... Eluminum, oder? Ne. Erfolgreich eingefangen. Ach, den hatten wir also schon. Ich habe ganz vergessen, wo ich die Fallen alle gestellt habe. Was, waren denn jetzt drei, ne? Ja, waren drei. Dann hätten wir das. Zurück zum Monster-Menü. Und dann machen wir mal mit der Story weiter. Monster-Kapsel ist... Ja, ja. Ach, weißt du was? Wir setzen die S-Kapsel jetzt noch ein. Ich bin mit der Liste leider noch lange nicht durch. Illuminum? Nein. Machen wir mal... Donnersteppe. Was haben wir? Ein Ahmet. So. Aber da muss der Sunbrow leider weichen. Lass mich mal schauen. Okay. Das ist... Wo ist das C? Da. Ja, nur C ist richtig. C... C... Mit I oder Y? Mit I. Krischi! Hallo, Krischi! Na, doch, 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 doch. Bestätigen. Willkommen im Team. Und jetzt können wir mit der Story weitermachen. Das heißt... Oh, nein, die setze ich jetzt nicht ein. Das heißt, wir brechen in die Villa in Guado Salam ein. Mhm. Wir wollen unseren Sphäruiden zurückhaben. Unseren halben. Aber wie gesagt, vielleicht haben die ja die andere Hälfte. Weil was sollen die sonst mit einem halben Sphäruiden anstellen, hä? Ich hoffe, das funktioniert. Ja, umziehen. Mission gestartet. Schleiche dich in die Villa de Blanc hinein und hol dir den Sphäruiden zurück. Entdeckung des gestohlenen Sphäruiden. Wie du mir, so ich dir. Natürlich. Natürlich. Bitteschön. Bitteschön. Bitteschön, LeBlanc. Uh-huh. Anything for you, love? Now I finally know the location of Vegnagon. Spira is in for a rough ride. Take care. Okay. Okay. Da ist jemand aber ganz schön verknallt. Und ich glaube eher, dass Nutsch sie ausnutzt, um an Informationen über Vegnagon zu kommen. Und Vegnagon, ja, er weiß jetzt, wo das Ding ist. Aber eigentlich sagte Nutsch ja, dass, ähm, ja, dass niemand ihn anfassen sollte. Aber jetzt will er es selber tun anscheinend. Nicht so gut, glaube ich. Wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Es war ja einst mal die Villa von Seymour. Oh, hallo. Oh. The boss is a different poison when that Nutsch guy shows up, huh? Ähm, ja, okay. Helft ihr beim Entspannen? Das gnädige Fräulein hasst es zu warten. Habt ihr mich verstanden? Okay. Okay, 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 okay. Was kannst du schön essen hier? Ich hab Hunger. Wir sollen ihr beim Entspannen helfen? Ich erinnere mich. Ja, ja. Oh, hier sind noch die Bilder von den ganzen Guado-Oberhaupten. Oberhaupten? Naja. Ach ja, das Übliche. Haltet euch dran. Ja, ich, äh, geh doch mal. Hallo. Die hat sogar eine Statue von ihm. Das ist ein bisschen krank. Aber nur ein bisschen. I'm waiting. Okay, Massage für LeBlanc. Achte auf LeBlancs Reaktion und gib ihr eine angenehme Massage. LeBlanc soll zufrieden sein. Ach du meine... Ach du Scheiße. Massage-Bedienung, Stelle wählen, massieren. Sammle über 32 Punkte innerhalb von 15 Massagen. Okay. Der? Nicht ganz. Hier? Okay, das hat geknackt. Oh, das hat auch geknackt. Tut mir leid. Hier. Oh, das knackt auch. Das ist nicht alles. Nee? Oh. Da, bitteschön. Da magst du es, ne? Ja. Was? Was sagst du, wenn ich hier runtergehe? Oh, okay. Da geht sie richtig ab. Ja, ich, äh... Okay. Oh, das hat wieder geknackt. Ach du meine Güte. Wo steht denn, wie viele Punkte ich hab? Ach so, da. Zufrieden. 26. Da war schon ganz okay. Okay, okay. Ich... Ja. Mach ich auch nochmal. Okay, Massage. Nicht ganz, weiter links vielleicht. Oh. Ja. Komm, wir machen noch ein bisschen mehr diese Stelle. Ja, das merkst du denn. Immer, wenn wir die richtige Stelle treffen, sind es andere Stellen, die sie gerade, ja, anmachen. Deswegen bleibe ich erstmal ein Weilchen hierbei. So, jetzt probiere ich mal was anderes. Nein, das tat weh. Tut mir leid. Da. Ich weiß, danke. Nicht da. Hier. Oh. Entschuldigung. Da. Ja, da magst du es, ne? Ähm. Bitteschön. Das ist gut. Wenn du so gut bist? Ähm. Ich weiß nicht. Oh, ja, das ist so smart. Oh, da, da. Ja, nicht zuhör. Oh, ja, das ist so smart. Oh, ja, das ist so smart. Oh, ja, das ist so smart. Wie süß, sie ist eingeschlafen. Sie schlief. Juna hat magische Hände. Oh, ja, das ist so smart. Oh, ja, das ist so smart. Oh, ja, das ist so smart. Oh, ja. Okay, ich gehe dann mal. Wohnzimmer müsste dann ja unten sein, weil wir waren gerade im Schlafzimmer. Und die Frau geht ja ab bei einer Massage, das ist ja fast schon widerlich. Aber gut, immerhin haben wir das hinter uns und werden dann in der nächsten Folge mal schauen, wo dieser Schalter denn genau ist und wohin er führt oder was der überhaupt so macht. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.